Vielen Dank. Sie haben noch eine Pizzeria und Sie wollen noch einen Nachtisch bestellen. Bestellen Sie einmal Soño Dorado. Mal gucken, was der Kellner dann trinkt. Vielleicht mit Ciramisu oder einem Eisbecher. Mal schauen. Vielleicht gibt es auch noch. Als nächstes kommt nun ein spanischer Marsch. Sanulo de Sevilla von Rudolf Krebs. Das heißt also nicht anderes als Grüße an die Stadt Sevilla. Ja, und dann der Nächste hat eigentlich einen deutschen Titel. Warum der jetzt Second World steht, weiß ich nicht. Ich kenne dieses Stück als weiter bei uns. Nein. B Parfus. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020